Musik Ski und Rodelspaß am größten Skigebiet im südlichen Sauerland. In Fallenscheid, nur 10 Minuten von der Autobahnausfahrt Olpe entfernt, laufen die Lifte schon seit Ende November auf Hochtouren. Zunächst waren es die Schneekanonen, die die Weiße Pracht erzeugen mussten. Doch die haben schon seit Anfang Dezember Urlaub, denn der Naturschnee reicht jetzt schon fast seit einem Monat aus. Seit der vergangenen genialen Saison haben die Besitzerfamilien kräftig investiert und bereits durch aufwendige Bauarbeiten im Sommer für einige neue Attraktionen gesorgt. Der Zauberteppich, ein Skilift für alle, begeistert die Wintersportler. Ja, Hauptattraktion ist hier das neue Personentransportband, was Sie sehen. Dort können Skianfänger, Snowboardanfänger auf der linken Seite und Rodler und Snowtuber auf der rechten Seite fahren. Und wir transportieren alles bergauf mit dem Personentransportband. Alles heißt, auch die Reifen, die Sie vermieten, wo die Kids getrennt von dem Band, von den Skifahrern, den Abhang herunterrodeln können? Ganz genau, wir verleihen die Snowtubes, so heißen die, und die Rodelschlitten auch.